das wird die tanki 75 die werde ich wahrscheinlich erstmal für mich behalten ich weiß es noch nicht da habe ich das erste mal zehn töne auf jeder seite bei dieser form gemacht die ist jetzt auch noch nicht fertig gestimmt und noch nicht fertig lackiert kommt noch der klar ja auch hier wie immer wer interesse an einer tanki hat e mail adresse steht unten drunter und ihr findet mich unter www.stephans-tankies.de und da seht ihr im shop auch immer welche verfügbar sind